Hinter den Laboren Ein Roman von Jörg Bergstedt Erschienen im Seitenhieb Verlag Es ist ein alter Menschheitstraum, nicht zu altern und nicht zu sterben. Mit einer bahnbrechenden Entdeckung in den Laboren der Spezialfirma BioGeronto scheint er Wirklichkeit zu werden. Doch Komplikationen treten auf, die Technik wird teuer und es bedarf der Forschung an Embryonen. Gesellschaftlicher Widerstand regt sich. Üblicherweise kein Problem für modernes Firmenmanagement, denn soziale Bewegungen sind handzahm geworden. Doch diesmal verläuft die Sache anders. Die Branche gerät unter Druck und macht Fehler. Laborbaustellen werden besetzt, dann zerstört. Auch die Polizei nimmt ihre Gegend nichts zu leicht und muss lernen. Eine Sonderkommission ermittelt. Das Drama nimmt seinen Lauf. Zwischen Spurensicherung, Vernehmungen, öffentlichen Debatten und Strippen ziehen hinter den Kulissen der Forschungsförderung entwickelt sich ein Krimi der besonderen Art. Glauben Sie ja nicht, die fantastische Erzählung könnte irgendetwas Wahres enthalten. Ämterhäufung Das Technik- und Forschungsministerium schuf eine Senexik-Kommission. Sie sollte die Bundesregierung unabhängig beraten. Es sah einfach besser aus, wenn so ein Gremium die politischen Entscheidungen begleitete. Mehrere Universitätsprofessoris, Vertreties der vor einigen Jahren nach mehreren Lebens- und Arzneimittelskandalen geschaffenen Konsumopleute und Mitarbeities einiger Firmen saßen in dem Gremium. Das wirkte unabhängig und plural. Auf der konstituierenden Sitzung wählten die berufenen Marvin Schaluppe zu ihrem Vorsitzenden. Nach einem festgelegten Rotationsschlüssel wurden alle neuen Verfahren und Einrichtungen von zunächst drei Angehörigen der Kommission begutachtet. Über deren Stellungnahme stimmte dann noch einmal das Gesamtgremium ab. So betrat Marvin wieder ein neues Spielfeld, um, zusammen mit Karin, Chris und anderen, die in verschiedenen Gremien mitwirkten, Weichen für Geldflüsse und Genehmigungen zu stellen. Die Folgen ließen sich auch in den Firmenräumen von BioGueronto erkennen. Zeitweise standen die Labore tagelang leer, während Karin und weitere Angestellte die Geschäftsführung um Marvin und Ajit immer häufiger bei finanziellen und formalen Tätigkeiten unterstützten. Chris und zwei weitere Biotechnikis lehrten tageweise an der Universität und forschten immer öfter in den dortigen Laboren, wo Hilfspersonal und Sachmittel ohne Kosten für die Firma zur Verfügung standen. Für einen unbedarften Beobachtee ergab sich angesichts der vor allem an Computer und U-Pad tätigen BioGueronto-Leute eher das Bild einer PR-Agentur. Der wissenschaftliche Betrieb war an den Rand gedrängt. Marvin erhielt eine Meldung des Amtsgerichts Tiergarten. Die Zivilklagen gegen die Baustellenbesetzis waren schon eine Weile her, BioGueronto hatte alle gewonnen. Umso überraschter war er nun, dass das Gericht die Verfahren seiner Firma in Rechnung stellte. Marvin ließ sich mit der Kostenstelle des Gerichts verbinden. Warum das? Wir haben doch gewonnen! Ja, das stimmt. Aber die Kostenbestimmungen für Zivilverfahren sagen, dass die Sigis die Gerichtskosten übernehmen müssen, wenn diese bei den Unterlegenen nicht eintreibbar sind. Das ist hier der Fall. Wie bitte? Leider kann ich Ihnen keine andere Auskunft geben. Das Gesetz sieht es so vor, wie ich es beschrieben habe. Das kann doch nicht sein! Außerdem hatte eine Person doch schon überwiesen. Ja, vielleicht hatte die Vermögen oder war nicht so kaltschnäuzig. Weiß ich ja nicht. Und die anderen müssen nicht zahlen? So ist es. Sie haben einfach Pech, dass alle anderen ihrer Kontrahentis Vermögensauskünfte abgegeben haben und darin festgestellt wurde, dass sie weder Vermögen noch Einkommen haben. Kann ich da noch was machen? Nein, eher nicht. Sie können natürlich alles nochmal überprüfen lassen, aber erfahrungsgemäß kommt dabei wenig Neues raus. Und bezahlen müssen Sie das wieder. Unglaublich! Wovon leben die dann? Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Und dürfte auch nicht. Bitte besprechen Sie rechtliche Fragen mit Ihrem Anwalti. Marvin beendete erschüttert das Gespräch. Sein Anruf bei dem Anwalti brachte nur die Bestätigung. Gerichtskosten und die eigenen Anwaltskosten mussten von Bio-Geronto beglichen werden. Meinen Sie, die haben das absichtlich gemacht? Keine Ahnung, entgegnete Anwalti Stapler. Es würde aber erklären, warum die meisten so selbstsicher auftraten und alle Widerspruch eingelegt haben, obwohl es von Anfang an aussichtslos war. Die haben uns ausgetrickst. Die wussten, dass wir das alles bezahlen müssen, egal wie es ausgeht. Wahrscheinlich. Marvin fluchte, sodass Karin aufgeschreckt in seine Arbeitswabe schaute. Wenigstens Eini musste zahlen. Oder wollte. Offenbar sind die nicht alle ganz optimal organisiert. Ein Glück, oder? Naja, ist aber ein schwacher Trost, oder? Wenn ich mir deren Online-Auftritt angucke, haben die so viele Soli-Partys gemacht, dass sie wahrscheinlich mehr Geld eingenommen als ausgegeben haben. Sauerei! Das Gespräch endete und Karin ließ sich die Lage schildern. Erweiterte Ermittlungen Melana und Nermin erstatteten der Präsidenti und dem polizeilichen Leitungsstab Bericht. Eine weitere Laborbaustelle in der Nähe von Ingolstadt war zerstört worden. Wieder hat es keine Spuren gegeben. Zumindest hatte das dortige Spurensicherungsteam keine entdeckt. Die Sache schien zunehmend unheimlich. Die vielen Presseanfragen steigerten die Nervosität. Es brauchte Ermittlungserfolge. Die Aktivitäten sind räumlich nicht begrenzt, führte dir Polizeipräsidenti aus. Wenn wir voraussetzen, dass es die gleichen tätig sind, entgegnete Nermin. Das können wir doch wohl angesichts der hohen Ähnlichkeit der Ziele und der Vorgehensweise. Bisher können wir nichts Genaues über die Vorgehensweise sagen. Die Sicherungssysteme fallen aus, die Unbekannten zerstören in aller Ruhe Gebäudeteile und haben dabei besonders die Technik enthaltenen Gebäudeteile zum Ziel. Schließlich verschwinden sie wieder, und das bisher immer spurlos. Es mag keine objektive Übereinstimmung sein, aber gerade das Fehlen jeglicher Spuren ist eine so seltene Sache, dass es naheliegend ist, einen Zusammenhang anzunehmen, fügte nun Dior Leity der Spurensicherung an. Das sehe ich auch so, sagte Dior Presidenti. Ich bin deshalb der Meinung, dass wir das Bundeskriminalamt einschalten sollten. Es ist eine länderübergreifende Sache und dafür sollte eine gemeinsame Sonderkommission gebildet werden. Ich würde Sie wegen Ihrer Erfahrung als Mitwirkende in der ehemals selbstständigen Staatsschutzabteilung dafür vorschlagen. Wäre Ihnen das recht? Melana und Nermin waren nicht zufrieden, aber sahen wenig Ansatz zum Widerspruch. So wurde es beschlossen. Draußen, auf dem Weg zurück in ihre Abteilung, schimpfte Melana los. Da haben wir nach Ewigkeiten mal wieder richtige Kriminalfälle in unserem Bereich und schon wird uns die Aufklärung nicht zugetraut. Könnte andererseits aber auch spannend sein, mal bei einer bundesweiten Fahndung mitzumischen, bewertete Nermin die Lage positiver. Sie betraten die Büros. Ach, bevor ich das vergesse, hast du schon recherchiert, woher die Anwältin von neulich kam? Ja. Die ist gar keine Anwältin. Das Gericht hat sie aufgrund eines besonderen Paragraphen zugelassen als Verteidigerin ohne Juraabschluss. Das geht? Wusste ich bisher auch nicht. Aber ja, scheint zu gehen. Das Gericht muss das halt beschließen. Keine Anwältin also? Hast du denn sonst noch was zu ihr herausgefunden? Wir haben die Fotos verglichen. Das ist eine von denen, die in Leipzig die Baustelle besetzt hatten. Also diese fast zweimonatige Besetzung, die so spät geräumt wurde, weil BioCity das erst gar nicht wollte. Ach ja, die verteidigen sich jetzt also untereinander. Scheint so. Die testen wohl gerade ein paar neue Strategien an uns aus. Melana lachte. Naja. Das werfen die der anderen Seite ja auch vorständig Menschen als Versuchskaninchen zu benutzen. Witziger Vergleich. Hinter den Laboren Chris und Marvin saßen gerade bei der Universitätsleitung, als das U-Pad eine neue Meldung signalisierte. Marvin schaute nur kurz auf das Display, ob es wichtig war. In der Tat, das war es. Rolf hatte einen Hinweis von einem Journalisti erhalten, dass sowohl in Berlin wie auch in Leipzig zu einer Presseveranstaltung geladen wurde. Dort sollte ein neuer Dokumentarfilm vorgestellt werden mit dem Titel Hinter den Laboren – Seilschaften Deutscher Sennixig. Der Termin war in drei Tagen. Die Runde erörterte, wie damit umgegangen werden solle und beschloss, eine eigene Person getarnt als Presse zu dem Termin zu schicken und den Film mitzuschneiden, falls dieser nicht sowieso als Datei zur Verfügung gestellt würde. Ein kurzer Check zeigte, dass zur Zeit noch kein Film mit diesem Titel online vorhanden war. Karin war nach ihrem Tag an der Universität nach Hause gefahren. Dort saß sie bei der Gemüsesuppe des Öko-Menü-Beringdienstes, die zuverlässig wie immer in der Kühlbox neben dem Briefkasten gestanden hatte. Einkaufen war nur noch als Erlebnisshoppen üblich. Die alltäglichen Waren kamen via Wunschliste oder automatischer Bestellung entsprechend der Kühlschrank-Einstellungen. Karin war zufrieden, sich darum nicht mehr kümmern zu müssen. Doch gute Laune kam nicht auf. Tinky hatte wieder geschrieben und nachgefragt, ob sie eine letzte Nachricht nicht angekommen sei. Das war eher eine rhetorische Frage. Die technischen Systeme waren heutzutage so oft abgesichert, dass nichts unbemerkt verloren ging. Die QMS konnte sogar nur mit einigen Mühen ignoriert werden. Wenn Karin eine Nachricht nicht las, meldete das U-Pad mehrmals täglich die übersehene Datei in der Eingangsbox. Aber Tinky wollte wohl höflich bleiben und formulierte etwas holperig, Ich hoffe, du hast mich deshalb nicht geantwortet, weil dir meine Anfrage unangenehm war. Doch, genau das war es. Seit sie wusste, wer Tinky war, erinnerte sie sich Stück für Stück wieder an die alte Zeit und die Träume von einer Revolution über technische Innovation. Dabei hatte sie ausreichend schlechte Vorbilder. Die Hackies aus dem anfänglichen Computer-Zeitalter landeten zu großen Anteilen in genau den Firmen, die sie vorher angegriffen hatten. Einige verschwanden sogar in den Büros der Behörden, die als Daten Kraken Bürgis und Firmen auszuspähen versuchten. Ähnlich war es vielen ergangen, die proprietäre Software durch eigene Kreationen zu verdrängen versuchten. Karin kannte damals viele solcher Programmieris, traf sie auf großen Kongressen, wo es um die Überwindung von geistigem Eigentum ging. Doch mit der Zeit verloren sich ihre Spuren in genau den Firmen, die Software zum Verkaufen herstellten. Es hatte sie jahrelang geärgert, ständig gute Bekannte an die andere Seite zu verlieren. Sie musste sich eingestehen, ihnen gefolgt zu sein. Wenn Wachhunde den Weg freimachen Milana und Nermin starten auf das Touchscreen. Sie waren per Video zugeschaltet, als eine der beiden Wachleute der Laborbaustelle in Leipzig in das Vernehmungszimmer geführt wurde. Ich habe keine Tätis gesehen, begann der Wachmann seine Ausführung. Wie kann das sein? Sie sollten die Baustelle doch bewachen. Ich weiß es auch nicht. Wir haben alles gemacht wie sonst. Und dann haben wir plötzlich bemerkt, dass die meisten technischen Einrichtungen kaputt waren. Wann haben Sie das bemerkt? Bei meinem Rundgang. Den muss ich jede Stunde mindestens einmal machen, aber nicht regelmäßig und zusätzlich, wenn etwas Verdächtiges passiert. Bei welchem Rundgang war das? Zwischen drei und vier Uhr morgens. Und sind Sie sich sicher, dass vorher alles noch zerstörungsfrei war? Ja, sicher. Wir gucken es uns bei jeder Runde an. Wir haben starke Strahler dabei und leuchten alles ab. Milana und Nermin schauten sich in der Fernzentrale kurz an. Schon wieder so ein mysteriöser Überfall. Die örtlichen Spurenteams waren zwar noch auf der Fläche, aber bisher hatten sie nichts gefunden. Die Vernehmungsbeamte in Leipzig schien auch etwas ratlos und schlug vor. Erzählen Sie doch noch einmal, wie Ihre Nachtschicht abläuft, was Sie tun müssen, welche Technik Sie einsetzen und so weiter. Der Wachmann erzählte. Aber aus keinem Wort ergab sich ein Ansatz, wie es hätte gelingen können, trotz Bewachung und Videoüberwachung die Baustelle zu betreten und fast in jedem Raum sowie auf der Außenseite Teile zu zerstören. Wer schaut auf die Bildschirme? Soweit ich weiß, nur wir auf dem Gelände. Sind Sie denn immer entweder vor dem Bildschirm oder auf Ihrem Rundgang? Im Prinzip schon. Was heißt im Prinzip? Naja, ich gehe auch mal auf die Toilette oder stelle die Kaffeemaschine an. Aber wir sind zu zweit. Einig guckt immer. Würden denn so kurze Unterbrechungen überhaupt reichen, um derart viel zu zerstören? Ich denke, nein. Was haben Sie dabei zur Bewachung? Wie meinen Sie das? Nun, Werkzeug, Waffen, Taschenlampen. Ja, das alles. Also als Waffen nur die E-Taser und das Gas. Dann Materialverfesselung, starke Taschenlampen und ein Kombi-Werkzeug. Was ist da dran? Der Wachmann legte das Multitool auf den Tisch. Die Kollegis in Leipzig waren helle und hielten das Ju-Pad über die Stelle, sodass Nermin und Melana alles sehen konnten. Eine Zange, Messer und einige weitere Teile. Achso, und der Hund. Ein Hund? Ja, ich bringe meistens meinen Privathund mit. Wieso das? Ist das ein Wachhund? Nein, das ist ein ganz lieber, aber groß und schwarz. Er braucht ohnehin Auslauf und meine Chefin meinte, das sei gut als Abschreckung. Hat der irgendwann gebellt? Nein. Gar nicht? Nichts bemerkt an dem Hund? Nein. Das heißt doch! Moment, das habe ich ganz vergessen. Irgendwann hat der Hund gejault. Ich bin dann gucken gegangen, was los ist. Ich habe ihn erst einmal gar nicht gesehen. Irgendwie muss er den Zaun um die Baustelle überwunden haben. Jedenfalls war er draußen und jaulte wohl, weil er nicht mehr hineinkam. Und dann? Ich bin mit ihm außen am Zaun entlang gegangen zum Tor, um ihn wieder reinzulassen. Wie konnte der denn raus? Keine Ahnung. Eigentlich geht das nicht, aber Hunde sind ja schlau. Ich bin zum Tor gegangen. Das war einfacher und schneller, als nach irgendwas zu suchen, wo er rausgekommen sein könnte. Wie lange waren Sie da unterwegs? Weiß ich nicht. Es war eher auf der gegenüberliegenden Seite. Ich musste also ganz um die Baustelle rumlaufen. Aber so groß ist sie ja nicht. Nein, das stimmt. Aber immerhin müssen Sie da rund 300 Meter laufen. Hier, schauen Sie mal mit auf das Luftbild. Der Touchtable verwandelte sich in ein großes Foto des Geländes. Zeigen Sie doch mal, wie Sie gegangen sind. Der Wachschützer überlegte eine Weile und versuchte, sich auf der Abbildung zu orientieren. Hier, das muss unser Wachhäuschen sein. Es steht dicht am Eingang. Dann zeichnete er mit dem Finger den Weg nach. Das dauert schon einige Minuten, oder? Der Wachmann zuckte mit den Achseln. Wo war Iriko Legi in dem Moment? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Aber es könnte schon auch so in den Stunden gewesen sein, wo die Zerstörung stattfand. Aber Iriko Legi wird doch weiter auf die Bildschirme geguckt haben. Weiß ich nicht mehr. Vielleicht war er auch gerade unterwegs. Werden die Bilder aufgezeichnet? Ich glaube nicht. Das heißt, wenn ein paar Minuten niemand drauf guckt, lässt sich hinterher auch gar nicht sagen, was passiert ist. Der Wachmann zuckte wieder mit den Schultern. 150 Kilometer entfernt von der Vernehmung wäre Nermin fast in den Bildschirm hineingekrochen. Sie stellte eine Verbindung zu den Kollegis in Leipzig her. Lassen Sie das Spurensicherungsteam sofort den gesamten Zaun nach Stellen absuchen, durch die der Hund entwichen sein kann. Wahrscheinlich ist das Loch kaum zu erkennen. Denn wenn mein Verdacht stimmt, haben die das wieder verschlossen, nachdem der Hund draußen war. Melan und Nermin hörten, wie die Bitte an das Außenteam weitergegeben wurde. Dann schauten sie sich wieder an. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Melana sprang auf und füllte die beiden Kaffeetassen nach. Dann verfolgten sie die Vernehmung weiter. 20 Minuten später erschien die erwartete Meldung auf dem U-Pad. Das Spurensicherungsteam hatte Hinweise am Zaun gefunden, dass in diesem ein kleines Loch vorsichtig geöffnet und danach wieder verschlossen wurde. Weitere Spuren fanden sich an dieser Stelle nicht. Nur innen die Abdrücke der Pfoten. Einzelne, aber passend zu einem Lauf in Richtung der Öffnung im Zaun. Sie befand sich genau gegenüber dem Eingangstor. Hinter den Kulissen. Senexik-Seilschaften. Der Universitätsmitarbeiter hatte sich in eine der mittleren Reihen gesetzt. Von hier müsste sich der Film optimal mitschneiden lassen, falls das nötig würde. Wurde es aber nicht. Nur das Drumherum landete auf dem Speicher der unauffälligen Kamera, als pünktlich zum angesetzten Termin vier Personen den Raum betraten und den brisanten Dokumentationsfilm ankündigten. Wir haben jetzt einige Monate recherchiert. Vielfach verdeckt. Was wir hier präsentieren, ist das Ergebnis. Es zeigt, dass es sich bei der Senexik-Forschung um intensive Geflechte von Behörden, Firmen, Lobbyverbänden und wissenschaftlichen Kreisen handelt. Wer glaubt, diese seien voneinander unabhängig, irrt. Etliche Personen sitzen in allen Bereichen gleichzeitig. Anträge werden gefälscht, Auflagen nicht beachtet. Wir möchten Ihnen den Film heute präsentieren. Es ist nicht nötig, hektisch mitzuschreiben oder ähnliches. Wir stellen den Film gleich auf den Drop-Point hier im Raum und alle können ihn sich dann auf ihr U-Pad oder was auch immer sie gerade dabei haben übernehmen. Wir werden den Film jetzt vorführen und stehen danach für Fragen zur Verfügung. Der Raum verdunkelte sich. Auf der Leinwand erschien eine Erklärung. Alle Quellen und Belege zu den folgenden Aussagen befinden sich auf ihrem U-Pad unter Senexik-Seilschaften. Kurz darauf folgte ein Feuerwerk von Schaubildern, Daten und Fakten, Ton- und Film-Mitschnitten, darunter offenbar etliche heimlich Aufgenommene. Als der Film zu Ende war, herrschte Stille im Raum. Wie sind Sie an die Mitschnitte gekommen? fragte schließlich Eini-Journalisti. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir das nicht ganz präzise benennen können. Wir haben einige Informantis zu schützen. Eine andere Person hakte nach. Aber dann könnten die Aufnahmen doch auch gefälscht sein. Das ist denkbar. Wir haben Angaben, wann was und auf welche Art entstanden ist. Würden wir fälschen, würden wir so agieren wie die, die wir hier kritisieren. Letztlich lässt sich verdeckte Recherche nie beweisen, sondern lebt von dem, was sie hervorbringt. Wir erwarten in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren etwaigen Überprüfungen standhalten zu müssen. Wir haben hier und heute gezeigt, dass in der Senexik viel geschummelt wird, dass Gelder fließen und Anträge genehmigt werden. Nicht wegen der Qualität der Arbeiten, sondern aufgrund intensiver Geflechte, in denen eine Hand die andere wäscht. Das Bild einer ruhmreichen Wissenschaft ist falsch. Es geht um Geld und Posten. Die Forschung dient als Verpackung und Verschleierung. Als der Pressetermin zu Ende war und die vier wieder den Raum verließen, hatte die Universitätsmitarbeiter schon einen kleinen Bericht verfasst. Sie erschickte diesen zusammen mit dem Film an das Sekretariat. Von dort war es wenige Minuten später auf den U-Pets der wichtigsten Ansprechpartnis von Feuergeb und anderen Partnerorganisationen in der Senexik. Hast du den schon gesehen? Ne, was ist das? Melana griff nach dem Zettel, den Nermin ihr entgegenstreckte. Training für Blockaden und Besetzungen, las sie halblaut vor. Machen die das jetzt schon öffentlich? Scheint so. Melana las weiter. In den meisten Absätzen wurde der Sinn bestimmter Techniken und ihre Anwendung erläutert. Das Wissen ist bei vielen Aktionen sehr nützlich. Wann immer ihr Projekte aufhalten wollt, die euch nicht passen, dieses Wissen braucht ihr. Darum kommt zum Training. Danach ist nichts mehr für euch sicher. Transportzüge und LKWs, Veranstaltungen, Laborbaustellen. Das soll hier ganz in der Nähe ablaufen? Ja. Kennst du den Ort? Das nicht, aber ich habe schon was herausgefunden. Ist ein alter Hof, ziemlich verrottet. Also ein bisschen wie eine Baustelle, mit Mauern, Dächern, Gruben. Wem gehört das? Eine Einzelperson, nicht weiter bekannt. Weiß die davon? Ich nehme es mal an, sonst könnten die das ja nicht so öffentlich bewerben. Die beiden sahen sich an. Und was machen wir? Keine Ahnung. Verboten ist das wohl nicht. Nee, aber ziemlich dreist. Wir können das beobachten. Oder jemand reinschmuggeln. Hier ist ja eine Kontaktadresse für Anmeldungen. Wäre zu überlegen. Heraus kriegen, wer teilnimmt, würden wir aber auch so. Ich denke mal drüber nach. Geheime Aufnahmen Marvin rannte fluchend durchs Büro. Wo kommen diese Aufnahmen her? Ja. Welche meinst du? antwortete Karin, als er an ihrer Wabe vorbeirannte. Da, in dem Film von diesen Irren. Karin hatte noch nicht in den Streifen geschaut. Aber er lag schon auf dem U-Pad und Karin öffnete die Datei. Marvin stand schnaubend hinter ihr. Geh ein bisschen nach vorne. Ja, Moment. Jetzt wieder ein bisschen zurück. Da. Hörst du es? Karin lauschte. In der Tat, das war eindeutig Marvins Stimme. Ein Bild fehlte. Stattdessen wurde erst ein Standbild von ihm und dann eine Filmaufnahme des Bio-Geronto-Firmengebäudes gezeigt. Das ist ein Telefonat, oder? Ja klar. Ich lasse ja immer Lücken, wo da nichts zu hören ist. Dann ist das Telefonat auch nicht abgehört worden. Warum nicht? Weil sonst auch die Gegenstimme drauf wär. Stimmt. Aber wie dann? Marvin dachte nach. Aber wie ist das denn dann entstanden? Keine Ahnung. War das Gespräch hier im Büro? Wahrscheinlich. Wo sonst? Naja, kann ja auch draußen aufgenommen worden sein. Vielleicht auf der besetzten Baustelle. Glaube ich nicht, dass ich da solche Telefonate führe. Gibt es noch mehr so Mitschnitte? Ja. Drei oder vier. Dafür musst du wieder etwas nach vorne gehen. Karin suchte nach Marvins Anweisungen die weiteren Mitschnitte. Auch dort fehlten Bilder. Noch zweimal klang es wie bei einem Telefonat. Einmal waren Marvin und Adji zu hören, wie sie miteinander sprachen. Das muss hier aufgenommen worden sein. Offenbar redest du mit Rolf. Und ziemlich offen über eure Tricksereien. Ist vielleicht nicht so schlau, sowas am U-Pad zu besprechen. Unsinn. Der Mitschnitt ist ja offenbar hier entstanden. Wäre Rolf hier gewesen, wären wir beide drauf. Aber wie soll das gehen? Hier im Büro mitschneiden? Weiß ich nicht. Marvin wurde wieder aufgeregter. Das gibt es doch nicht. Ist hier irgendwer ein U-Boot? Karin schaute ihn nachdenklich an, zog dann die Achseln hoch. Kann ich mich nicht einmal mehr auf die eigenen Leute verlassen? Mit einem lauten, so eine Scheiße, verließ er die Wabe und rannte an seinen Arbeitsplatz. Karin und zwei weitere Mitarbeitis folgten. Marvin fluchte weiter und hörte noch einmal den Sequenzen seiner Gespräche im Film zu. Dann schaute er die beiden Mitarbeitis an, die im Zugang zur Wabe stehen geblieben waren. Wer hat das mitgeschnitten? Hältst du die Sachen für echt? Hm. Marvin überlegte. Stimme und Aussprache und auch die Gesprächsabläufe waren so, wie sie stimmen könnten. An zwei der vier mitgeschnittenen Gespräche konnte er sich sogar noch erinnern. Trotzdem war die Frage berechtigt, ob die Tonpassagen überhaupt echt waren. Meinst du, die hat jemand gefälscht? Naja, kann doch sein, erwiderte Karin. Du müsstest das ja eigentlich wissen. Ja, weiß ich auch. Es schien eindeutig. Aber darum ging es Karin gar nicht. Wir könnten doch einfach behaupten, dass es Fälschungen sind. Und wenn wir dies nachweisen können? Dann wissen wir wenigstens, wo das Leck ist. Toll. Und was haben wir davon? Das ist der Öffentlichkeit doch egal, ob mich hier jemand hintergeht oder nicht. Vielleicht. Wieso nur vielleicht? Vielleicht war es aber auch nie Mensch von uns. Wie soll das denn sonst passiert sein? Die Leitung wurde nicht abgehört, also muss es hier im Büro gewesen sein. Marvin schaute sich in seiner Wabe um. Er schaute nach draußen. Zwei Vögel tummelten sich auf der Fensterbank. Der Schmetterling fiel ihm ein. Scheiße! Er stand auf, öffnete das Fenster und lehnte sich hinaus. Drei Stockwerke waren es nach unten. Für einige übte Kletteri wahrscheinlich kein Problem. Gibt es an der Uni Leute, die Funkstrahlung messen können? Warnte er sich wieder den anderen dreien zu, die sprachlos Marvins Bewegung folgten. Warum? Naja, ein Kabel haben die wohl nicht verlegt. Das wäre ein bisschen auffällig. Ich weiß es nicht. Wir könnten Chris fragen. Der hat die meisten Kontakte. Aber ein Stromkabel haben die sicherlich ebenso nicht benutzt. Vielleicht haben die so lange zugehört, bis die Stromquelle leer war. Oder sie hören jetzt noch zu. Alle schauten sich stumm an, dann mit verängstigtem Blick im Raum umher. Scheiße! schrie Marvin noch einmal und schleuderte ein Trinkglas in die hellbeige gekachelte Wand Ecke gegenüber seiner Wabe. Dort zerschellte es mit einem lauten Krachen. Karin legte eine Hand auf die Schulter von Marvin. Wir haben immer noch die längeren Hebel in der Hand. Wir dürfen uns nicht selbst erlegen. Krisentreffen Also tragen wir doch einmal die verschiedenen Handlungsoptionen zusammen. Der Vertreti von UPLS gähnte mit Blick auf Sian Ujupet. Wie viele Krisensitzungen dieser Art hatte sie ja schon mitgemacht. Und immer wieder die gleichen Vorschläge von irgendwelchen teuer bezahlten Beratis, die wiederholten, was alle vorher auch schon gesagt hatten. Der Kampf um die Köpfe der Menschen da draußen blieb bislang erfolglos. Jede Umfrage fügte den in anderen Geschäftsbereichen so profitverwöhnten Managees eine böse Niederlage bei. Die Polizei mochte das eine oder andere Mal eine günstigere Verteilung von Zustimmung und Ablehnung dabei gewesen sein. Sie kannten immer die realen Zahlen und wussten, dass sich nichts verschoben hatte. Zudem wäre alles egal gewesen. Diese Terroristis, wie sie die weiterhin unbekannten und fast gespenstischen Sabotageteams in der Runde nannten, hätten so oder so alles unmöglich gemacht. In diesem Land, das heißt mit solchen Widerstandsgruppen, funktionierte die Sache einfach nicht. Sie konnten nur hoffen, dass irgendwann die Polizei fündig würde und der Spuk ein Ende hätte. Aber bislang, das wussten sie aus den Kontakten ins Polizeipräsidium, sah es nicht danach aus. Sie hörte wieder zu. Die langatmige Liste der Möglichkeiten war am Ende. Gibt es noch weitere Ideen? fragte Dier Moderatori. Schweigen, wie immer. Oder neue Verbündete? Wen können wir noch gewinnen? Das war immerhin mal eine Frage, die ein paar Gedanken zu verwenden lohnte. Nein, darum geht es nicht, brach es aus dir genervten UPLS-Lobbyisti heraus. Wen können, wie wir für unsere Zwecke einsetzen oder, ehrlicher formuliert, vor uns hertreiben? Wie soll das denn gehen? schlug es ihrem gleich entgegen. Die sind doch für uns unerreichbar und halten fest zusammen. Quatsch, genau das nicht. Die haben nur alle ihre Vorteile von dem Ganzen. Die Violetten holen Wählerstimmen, die Quacksalbis und Gleichheitsapostel angeln neue Kundis und richtig viel Umsatz, weil die Menschen dem Sozialneid verfallen. Aber untereinander versuchen die doch alle, für sich das größte Stück Kuchen rauszuschneiden. Die Blicke waren auf sie gerichtet. Meinen Sie, bei denen geht das anders zu als bei uns? Wie meinen Sie das? Tun Sie nicht so scheinheilig. Die UPLS-Managy kam in Schwung. Wir sitzen hier auch nur zusammen, weil wir alle hoffen, dass die lukrative Technik sich durchsetzt. Wenn es soweit ist, werden wir uns im wilden Gefecht gegenseitig die Marktanteile abzujagen versuchen. Wenn es gut läuft. Vielleicht fressen wir uns auch gegenseitig auf oder versuchen es zumindest. Dann schwieg sie hier wieder und schaute, etwas verlegen, auf das UPAD. Vielleicht war das doch etwas undiplomatisch. Andererseits, dieser halbherzige Haufen hier würde die Sache ohne mehr Feuer unterm Arsch nicht herausreißen. Gut. Nehmen wir an, es ist so. Was folgt daraus? Wir müssen unsere Gegnings auseinandernehmen und gegeneinander einsetzen. Klappt ja ein gutes Stück schon. Ja? Wo denn? Die anwesende Vorsitzende des Lobbyverbandes, Innotalis, nahm die rhetorische Einladung an und zählte einige Fälle auf, wo eine Spaltung der Gegnings gelungen war. Mehrfach hatten sich Abgeordnete der Violetten von militanten Gruppen distanziert. Das kam viel besser, als wenn wir das hätten machen müssen. Die sind da oft unsere besten Verbündeten. Ich kann mir vorstellen, dass Lisa sich noch steigern, wenn wir den öffentlichen Druck erhöhen, dass sie sich so verhalten. Wie wollen Sie denn auf die Druck ausüben? Die sind doch ideologisch völlig verbohrt. Vorsicht! Da machen Sie einen Fehler. Denunzieren Sie Ihre Gegnings, wo immer es geht. Aber glauben Sie das nie selbst. Ich kann Ihnen versichern, das sind alles Strategies. Die berechnen genau, was Sie tun. Und zwar im Hinblick auf die Währung, die für Sie zählt. Aufmerksamkeitsanteile in den Medien, Spenden und Veli-Stimmen. Richtig. Aber wir denken doch in die gleiche Richtung. Stimmt. Dir Chef-Lobbyist, die strahlte Überlegenheit aus. Das ist unsere Chance. Weil wir selbst wissen, wie das Spiel läuft. Wir müssen aus unseren Erfahrungen schöpfen. Noch blieb einiges Unverständnis. Wie das? Na ja. Vielleicht platt ausgedrückt. Spielen Sie Methoden durch, wie Sie sich selbst fertig machen würden. Und wenden Sie das dann auf unsere Gegnings an. Mehrere aus der Runde schauten die in Lobby Isti mit großen Augen an. Sir genoss den Augenblick. Was würde Ihnen am meisten weh tun? Sir ließ wieder eine Pause. Niemand sprach. Herr Schaluppe. Der Film. Der tat Ihnen weh, oder? Marvin verstand nicht. Ja, natürlich. Warum? Der hat Sie gedemütigt. Er hat Sie getroffen. Dass Sie sich nicht mehr sicher bewegen können. Die versuchen Sie mit Ihren eigenen Worten zu schlagen. Ja, das war ziemlich unverschämt. Aber wirksam. Auch wenn wir es nicht zugeben. Wir müssen genauso vorgehen. Was bedeutet das? Buddeln Sie dreckige Details aus. Finden Sie heraus, wer dort von wem bezahlt wird. Wer welche Straftaten begangen hat. Wer seine Lebenspartner hat sitzen lassen. Und wenn die eine saubere Weste haben? Glaube ich nicht. Es sind alles Menschen. Außerdem ist es egal. Wo nichts ist, erfinden Sie etwas, was passen könnte. Es gab Widerspruch. Wir können uns Pannen nicht leisten. Das ist nicht das gleiche wie bei denen. Die haben mehr Narrenfreiheit. Glaubwürdigkeitsverluste bringen immer Geldeinbußen. Das trifft uns stärker als die. Ja, aber wir haben auch Vorteile. Die Behörden, Staatsanwaltschaften, Regierungen. Die dürften alle auf unserer Seite stehen. Das Stichwort Film hatte Marvin ins Grübeln gebracht. Er lenkte das Gespräch auf das Thema. Viele stimmten seiner Empörung zu. Der Film ist eine Unverschämtheit. Wir dürfen uns das nicht bieten lassen. Das ist Verleumdung. Die Moderatorie schaltete sich ein. Ich schlage vor, dass wir erklären, ob wir gegen den Film vorgehen wollen. Einige Zwischenrufe folgten. Auf jeden Fall, rief Jemensch. Das ist wichtig, denn wenn wir hier agieren wollen, sollten wir die Diskussion darauf lenken, statt nur ziellos Protestsätze abzugeben. Was schlagen Sie vor? Nun, es sind viele Reaktionen denkbar. Wir können einen eigenen Film in Auftrag geben, der alles widerlegt. Wir können die Filme Machis herausfordern und zum Beispiel über uns nahestehende Medien oder Organisationen zu Diskussionen mit uns einladen. Bloß nicht stammelte eine Person und erntete missfallende Blicke. Doch das schienen sie ihn nur anzuspornen. Ich finde das scheinheilig. Wir tun gerade so, als wäre in dem Film alles falsch. Kann das jemand belegen? Da ist auch alles falsch, gab es ein sofortiges Kontra. Das ist alles nur Dreck. Gut, übernahm wieder Dir Moderatorie. Wenn wir uns da alle sicher sind, dann können wir auch überlegen, juristisch gegen den Film vorzugehen. Hat das eine Chance? Warum nicht? Fragen wir doch unsere Anwalti. Die Blicke richteten sich auf den juristischen Beistand. Dir war bei jedem Vergibt-Treffen dabei. Bislang meist eher untätig. Nach einigen Sekunden Überlegung schaltete sie sich nun in das Gespräch ein. Zunächst einmal möchte ich einen rechtlichen Gedanken darstellen, der vielleicht deutlicher macht, welche Chance ein Gerichtsverfahren birgt. Denn als richtig oder falsch gilt in einem Rechtsstaat nicht, was richtig oder falsch ist, also faktisch ist, sondern was ein Gericht als solches definiert. Schweigen. Wie bitte? Nochmal? Entwischten Marvin einige Worte, die deutlich zeigten, dass er dieser Rechtsauskunft nicht folgen konnte. Herr Schaluppe, ich nehme Sie als Beispiel. Wir könnten hier lange debattieren, ob die Vorwürfe gegen Sie in dem Film stimmen, ob die Mitschnitte Ihrer Gespräche gefälscht oder zumindest illegal mitgeschnitten und damit rechtswidrig verwendet wurden. Wir können aber auch einfach ein Gericht finden, das die Aussagen für falsch erklärt. Dann dürfen sie nicht mehr verwendet werden. Weder in dem Film noch irgendwo anders. Und wie soll das gehen? Wollen Sie die richtigst bestechen? Das ist gar nicht nötig. Sehen Sie die Justiz nicht als etwas Besonderes an. Die sind, wie Sie und wir. Wir müssen nur die Richtigen finden. Was heißt die Richtigen? Na die, die in unserem Sinne entscheiden. Aini Professori mischte sich ein. Es mag ja sein, dass es Gerichte gibt, die für uns entscheiden würden. Aber Sie können sich die ja nicht aussuchen. Guter Hinweis. Ich sehe, Sie verstehen ein wenig von der Juristerei. Aber in diesem Fall haben Sie nicht recht. Zum Glück. Denn der Film ist online. Und die Rechtsprechung sieht für diesen Fall vor, dass die Klägis den Klageort auswählen können. Weil sie ja überall betroffen sind. Aha! Genau da liegt unsere Chance. Was wir brauchen, ist eine Unterlassungsverfügung durch ein Zivilgericht. Davon gibt es hunderte in Deutschland. Wir werden da doch wohl eine Kammer finden, die uns wohlgesonnen ist. Es herrschte wieder einige Zeit Schweigen. Dann? Also, ich kenne keine Gerichte. Nein, ich denke, ich werde da meine Berufs- und Parteikollegis mobilisieren. Ich bin da ganz zuversichtlich. Vielleicht bekomme ich das sogar selbst in den Griff. In meiner Stadt gibt es da eine Zivilkammer, die schon ganz passend zusammengesetzt ist. Streuung ersetzt das Zielen. Schau mal, was ich hier habe. Melana winkte Nermin zu ihrem Touchscreen. Stammt aus dem Jahr 2009. Oder ist jedenfalls dafür. Ein Kalender? Ja, den gab es damals wohl auch so richtig zum an die Wand hängen. Aber ich habe ihn auch digital gefunden. Melana tippte ein paar Mal auf den Bildschirm. Die einzelnen Monatsblätter kamen zum Vorschein. Das sieht ziemlich ähnlich aus wie all das, was wir hier gerade erleben. Und was ging es da? Weiß ich nicht, aber es sind ja auch Texte dabei. Kannst ja mal lesen. Beide gingen an ihre Schreibtische. Sie waren jetzt Teil einer Sonderkommission. Die Koordination lag bei ihnen im Berliner Dezernat für Wirtschaftskriminalität. Das jedenfalls ließ sich erreichen. Erstes Ziel war der Aufbau einer Datei aller politisch Aktiven im Bereich Szenixig. Dafür sollten so viele Personendaten gesammelt werden, wie irgend möglich. Beobachtungen bei Aktionen und Demonstrationen. Bei einzelnen als wichtig eingestuften Aktivistis sollten YouPets und Korrespondenz überwacht werden. Die Vorschlagsliste kam von Fergib. Die hatten vier Personen benannt, die nach ihrer Ansicht besonders aktiv waren und radikale Positionen vertraten. Bislang gab es keine harten Fakten, wer an den Zerstörungen beteiligt gewesen sein könnte. Daher wurden alle Aktivistis beobachtet. Irgendwas würden die mit den nächtlichen Aktionen schon auch zu tun haben. Hier ist übrigens der Bericht vom Blockadetraining. Der was? Vom Blockadetraining... Und? Was steht drin? Naja, eigentlich nichts Besonderes. Die haben viel über Techniken geredet, aber wohl nie über konkrete Aktionen. Gar nicht? Nee, offenbar gar nicht. Unsere V-Frau hat sogar einmal nachgefragt, ob sie irgendwo mitmachen könne. Und dann haben die nichts geantwortet? Das glauben die doch selbst nicht. Nee, keine Antwort war es wohl nicht. Sondern? Die haben, so steht es jedenfalls im Bericht, mehrfach erläutert, dass das nur ein Training sei. Was die Menschen damit machen, sollten sie selbst entscheiden. Irgendwo fiel wohl auch mal der Satz, dass sich Menschen gerne auf dem Seminar zu Aktionen verabreden könnten. Aber die Trinis würden da nichts vorgeben. Tja, die sind klug, keine Informationen, kein Aufruf zu strafbaren Handeln. Da sind sie auf der sicheren Seite. Jedenfalls formal, was denen aber ja reicht. Wenn wir sowas verhindern wollen, müssen wir also ein bisschen was hinzudichten. Jedi-Richti wird uns glauben, dass auf einem solchen Seminar auch ein Aufruf gelaufen ist. Willst du dir sowas antun? Ohne Zeugies wird es wohl nicht gehen. Ja, unsere Kontaktfrau sollten wir nicht gleich wieder opfern. War ja erstmal nur eine Idee. Die Wahrheit neu definieren lassen Die Klage gegen den Film war fertiggestellt. Marvin scrollte durch die Zeilen. Kläger sollte er im Namen der Firma BioGeronto sein. Laut der somit von ihm beantragten gerichtlichen Verfügung sollte den Kritikis in Zukunft verboten sein, die Behauptungen aufzustellen oder zu verbreiten, die Firma BioGeronto oder darin tätige Personen a. Beabsichtigen, Steuermittel für eine Zentrale für Senexik-Propaganda und undurchsichtige Firmengeflechte zu verschieben. b. Gehören einer Seilschaft für Fördermittelveruntreuung an? c. Beabsichtigen, in Charlottenburg ein neues Eldorado für Geldwäsche entstehen zu lassen. d. Seien rücksichtslos und profitorientiert. e. Würden für ihre dubiosen Firmenkonstrukte umfangreiche Firmen und Steuergelder einsacken. f. Seien Angehörige einer Senexik-Mafia. 2. Die Behauptung aufzustellen und zu verbreiten, dass das gläserne Labor, dessen Geschäftsführer der Kläger ist, vor allem der Propaganda und der Veruntreuung großer Mengen von Steuergeldern diene, sowie, dass die Firma Mycrolysis in Leipzig, deren Geschäftsbetrieb wesentlich von Mitarbeitern hieß, wichtig zur Wäsche von Steuergeldern in einem unübersichtlichen Gewürf von Firmen sei. 3. Die Behauptung aufzustellen und zu verbreiten, der Kläger sei der Macher aus dem Förrgipfels in Berlin und habe Demonstrantis gekauft. 4. Zu den Ziffern 1-3 genannten sonstige inhaltsgleiche oder sinngemäße Äußerungen aufzustellen oder zu verbreiten. Damit wären der Film und die damit verbundene Online-Dokumentation verboten. Marvin glaubte es erst nach einem weiteren Telefonat mit dem Anwalti und dem beruhigenden Satz »Zwischen gerichtlich festgelegter Wahrheit und der tatsächlichen muss kein Zusammenhang bestehen. Wir leben in einem Rechtsstaat. Es gilt, was die zuständige Stelle als Wahrheit verkündigt.« Für den Geschäftsführer eines Wissenschaftsbetriebes war das schwer zu verdauen. Marvin hatte zwar Übung, Ergebnisse an den Erwartungen von Geldgebis anzupassen, aber dass Wahrheit kraftinstitutioneller Macht festgelegt werden könne, war dann doch weit weg von seinen bisherigen Betrachtungen der Welt. Aber egal. Es schien nützlich und so hielt er seine Bedenken zurück. Er unterzeichnete die Vollmacht und ließ den Anwaltis freie Hand. Die Welt der Gerichte war ohnehin immer stärker in Marvins Leben eingedrungen. Nach Rücksprachen mit den Beamteis des Berliner Dezernats für Wirtschaftskriminalität hatte er einen Strafantrag gegen Scarlett Ginovaya unterzeichnet. Die Person war als Verantwortliche im Sinne des Presserechts beim Film und auf mehreren Flugblättern genannt. Die Polizistis brauchten einen solchen Strafantrag, um ihre Ermittlungen ausweiten zu können. Strafanträge liefen zudem gegen die drei Menschen auf dem Baukran. So richtig verstanden hatte Marvin nicht, warum er das alles unterschreiben musste. Aber ihm war inzwischen alles recht, was den Protest doch irgendwie einschränken konnte. Weißt du noch, wie das war, als Chris das Rätsel gelöst hatte und wir uns vor Jubelartikeln und Fördermitteln kaum noch retten konnten? Hatte Ajit letztens in der Strategierunde gesagt. Und heute jammern wir, brauchen die Hilfe von Polizei und befreundeten Journalistis, um überhaupt noch klar zu kommen. Karin hatte zwar geantwortet, Komm, die Fördermittelflüsse sind davon gar nicht betroffen, das geht weiter wie immer. Aber richtig zufrieden fühlte sich Marvin damit nicht. Überwachen So, das haben wir. Melana schaute Nermin an. Hat alles geklappt? Ja, der hat alle Strafanträge unterschrieben. Nicht schlecht, dann können wir ja loslegen. Nermin setzte sich an den Touchtable. Unglaublich, wie die von den Heldis der Wissenschaft mittlerweile zu Jammerlappen geworden sind. Wer? Na, diese Leute von Biogeronto und den ganzen anderen Firmen mit ihren komischen Namen. Was meinst du mit komisch? Klingt so abschätzig. Melana schaute irritiert, als Nermin sich in Fahrt redete. Ist ja auch eine ganz schön unsympathische Truppe. Die haben doch alle nur noch Geld im Kopf. Völlig offensichtlich. Huch? Wir starten gerade Ermittlungsverfahren, wo es auch um Beleidigungen geht wegen genau solcher Aussagen. Fängst du damit jetzt auch an? Du, ich will dir mal was sagen. Glaubst du, ich hege irgendwelche Sympathien für diese Goldgrabies? Die scheffeln Kohle für diese Sachen, die nur denen nutzt, die schon genug Geld gescheffelt haben. Wir haben da gar nichts von. Und auch sonst kaum je Mensch. Ich finde, dass du übertreibst. Wie willst du so überhaupt noch genug Elan für die Ermittlungen aufbringen? Das ist kein Problem. Es ist mein Job. Ich suche mir ja nicht aus, was ich an Aufträgen bekomme. Nermin tippte ein paar Zeilen in die Tastatur, die vom Touchtable auf der Oberfläche abgebildet wurde. Aber mach dir keine Sorgen. Die Aktivistis kann ich genauso wenig leiden. Denen geht's ja wohl vor allem um Zerstören. Um Gesetze kümmern die sich ein Dreck. Und um uns. Ging Melana an dieser Stelle beim Motzen mit. Mir haben die neulich sogar erzählt, dass die Senexik nur wegen mir überhaupt durchsetzbar sei. Wegen dir? Dass ich nicht lache. Ja, wegen uns. Dich meinten sie genauso. Frechheit. Was kann ich dafür? Die meinten, nur weil wir da sind, können ganz wenige ständig ganz viel für sich nutzen. Geld, Arbeitskraft, Rohstoffe und so. Wenn wir das nicht durchsetzen, im Zweifel durchprügeln würden, ginge das nicht. Schwachsinn. Als ob wir da was zu entscheiden hätten. Wir machen unseren Job. Das habe ich ja auch entgegnet. Das sei gerade das Problem, meinten die dann. Weil so viele Menschen ständig gedankenlos ihren Job machen, würde in diesem Land so viel Scheiße passieren. Melana widmete sich kurz einigen Nachrichten, die auf ihrem Touchscreen angezeigt wurden. Die sollen selbst erstmal arbeiten gehen. Die Föhr gibt Versuche, kritische NGOs zur Handlung zu bringen, die der Senexik-Lobby nützten, zeigten erste Erfolge. Ajit präsentierte in der Strategierunde zwei Presseveröffentlichungen, einmal von den Violetten, dann eine gemeinsame Position verschiedener kirchlicher Diakonien und Wohlfahrtsgruppen. Sie forderten mehr Forschung für die Möglichkeiten, die Senexik weiteren Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen. Sehr erfreulich für uns. Warum? fragte Dani. Weil wir die sind, die forschen. Wenn die nach Forschung rufen, kommen neue Fördergelder für uns raus, ergänzte Karin und versuchte die Situation für eine bessere Stimmung zu nutzen. Wir müssen auf so etwas positiv eingehen. Wir brauchen das Gespräch und die Kooperation mit denen, die als kritisch wahrgenommen werden, aber so käuflich sind wie wir. Was soll das heißen, wie wir? empörte sich Marvin. Aber alle schwiegen. Wie wäre es mal mit Aktionen, so richtig auf der Straße, wie unsere Gegneys? Hast du eine Idee? Wir könnten mal zu den großen Sozialverbänden ziehen und die offensiv zum Gespräch einladen. Wie wäre es mit einem Thesenanschlag an deren Geschäftsstellen? Oder noch besser, wir gehen dorthin und wollen mit denen reden. Wir gehen einfach direkt hin. Und was soll das bringen? Die werden mit uns nicht reden wollen. Aber die sind feige. Eben, deshalb werden sie nicht Nein sagen, sondern vielleicht einfach, sie haben keine Zeit. Ja, aber das sieht dann schlecht aus. Kriegt aber Keini mit. Dafür können wir ja sorgen. Wir nehmen einfach eine Kamera mit und filmen das alles. Offen? Vielleicht lieber nicht. Die Runde beschloss, mehr solcher Ideen bei Fergib vorzuschlagen. Für die Firma war die Sache vielleicht nicht das Richtige. Wer redet schon mit einer Firma? Aber Fergib war eine Ansammlung edler Persönlichkeiten. Wer kann dazu schon Nein sagen? Wir sehen nur die einen, die am Tag und offen unterwegs sind. Wer sind die anderen? Vielleicht dieselben? Unwahrscheinlich. Das würde überhaupt nicht zu allem passen, was es bisher gab. Nermin dachte nach. Aber hier ist doch einiges neu. Vielleicht spielen die ja genau damit. Womit? Na, dass wir genau so denken. Da gibt es die, die offen auftreten, die sich zeigen, deren Namen und Gesichter wir kennen, die Veranstaltungen machen, Flyer verteilen, auch mal symbolisch und spektakulär etwas besetzen. Und dann gibt es die, die des Nachts die Baustellen sabotieren. Vielleicht kennen die sich, vielleicht auch nicht. Aber was wäre, wenn es einfach die gleichen sind? Was spricht dafür? Eher nichts. Die Textanalysen haben gezeigt, dass es unterschiedliche Autoris sind. Es gibt keine Ähnlichkeiten zwischen Bekennybriefen bei der Sabotage und den Flugblättern der offen agierenden Gruppen. Und wieso sollen es dann dieselben sein? Ich weiß nicht. Vielleicht gerade, weil das so ist. Weil das so ist? Ja, ich konnte mir vorstellen, dass die wissen, wie wir analysieren. Und dass sie die Texte so machen, dass nichts, aber auch gar nichts auf eine Verbindung hinweist. Du siehst doch Gespenster. Wir brauchen einfach mehr Daten. Beide sahen sich kurz an, wandten sich dann ihren Geräten zu. Die verletzten Bauarbeitis, murmelte Milana. Lässt sich da was draus machen? Nermin hatte dem Anfang nicht zugehört. Woraus was machen? Es gab doch diese Meldung mit verletzten Leuten. Wo? Na, auf der Baustelle bei den Aktionen. Die Erfundenen meinst du? Na und? Weiß das jemand? Außer den Betroffenen und uns wohl nur wenige. Aber was willst du damit? Wenn wir das noch ein bisschen aufbauschen, kommt ein ziemlich dicker Straftatvorwurf heraus. Und dann? Es gibt überhaupt keine Beweise. Ich will auch kein Verfahren anzetteln. Sondern? Überwachen. Ach so. Wir liefern dem Staatsanwalt hier eine richtig schöne und umfangreiche Story und beantragen die Überwachung beim Gericht. Am besten gleich vom ganzen UPAD, also Gespräche und QMS. Und noch dazu die direkte Observation. Können wir dann gucken, ob und wann wir die gebrauchen. Meinst du, dass das wirklich durchgeht? Sicher bin ich nicht. Aber sonst machen die doch eigentlich auch alles, was wir vorschlagen. Eine Pause entstand. Und wen willst du überwachen? Gute Frage. Andererseits. Da es die Tat gar nicht gab, können wir auch beliebige Leute unter Verdacht stellen. Für uns wäre am besten die zu treffen, bei denen am meisten Informationen zusammenfließen. Egal, ob die bei Sabotage-Aktionen dabei waren oder nicht. Vielleicht reden sie drüber. Meinetwegen. Aber trotzdem, wer sind die? Vielleicht fragen wir einfach die andere Seite. Wie andere Seite? Naja, ich könnte zum Beispiel bei BioGeronto anrufen und mir sagen lassen, wen die als die wichtigsten Personen einschätzen. Vielleicht solltest du lieber nicht anrufen, sondern dich privat mit denen treffen. Ich glaube, was du davor hast, hat mit zulässiger Ermittlungsarbeit nicht mehr viel zu tun. Hast du bessere Vorschläge? Die Antwort blieb aus.